Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die BGA funktioniert. Ihr erfahrt, worin der Unterschied der einzelnen Biogastanlagen besteht, welche ihr bauen könnt und auch, wie ihr bei den bereits vorhandenen BGAs Waren abladen könnt. Vorab möchte ich euch noch das Gamester Sonderheft zum LS22 empfehlen. Ich habe im Heft selbst als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Beginnen wir mit dem Bau der verschiedenen Biogastanlagen. Über das Baumenü im Reiter Produktion und dort bei den Fabriken könnt ihr drei verschiedene BGAs bauen. Für 435.000 Euro erhaltet ihr die Biogastanlage mit 99 kW, für 875.000 Euro die BGA mit 250 kW und für 1,18 Millionen Euro die BGA mit einer Leistung von 500 kW. In den Biogasanlagen könnt ihr Silage, Gülle, Mist oder Zuckerrübenschnitzel abladen. Neben dem Preis unterscheiden sich die Anlagen in der Leistung, den Zyklen pro Stunde sowie den Lagerkapazitäten. Je größer die Anlage, desto mehr kann sie verarbeiten und produzieren. In die kleine BGA passen 30.000 Liter Silage und Gülle, zusätzlich 7.200 Liter Mist und 3.600 Liter Zuckerrübenschnitzel. Jedes Lager könnt ihr einzeln befüllen und somit maximal 70.800 Liter der verschiedenen Güter lagern. In die mittlere BGA passen jeweils 76.000 Liter Silage und Gülle, 18.000 Liter Mist und 9.000 Liter Zuckerrübenschnitzel. Insgesamt also 179.000 Liter. In der großen BGA habt ihr im Lager für Silage und Gülle jeweils Platz für 152.750 Liter. Hinzu kommen 36.370 Liter Mist und 18.180 Liter Zuckerrübenschnitzel. Insgesamt also 360.050 Liter. Das Ausgangsprodukt von Biogasanlagen sind Gärreste. Diese könnt ihr, sofern eine Verkaufsstelle vorhanden ist, auch verkaufen. Alternativ könnt ihr sie mit einem Güllefass auch auf euren Feldern ausbringen, um den Ertrag zu steigern. Ihr könnt die Gärreste auch direkt in der BGA verkaufen. Dazu steht euch in der Übersicht der Produktionsketten die Optionen Behalten, Direktverkaufen und Verteilen zur Wahl. Behalten bedeutet, dass die Gärreste in der BGA bleiben und ihr sie mit einem Güllefass verladen könnt. Direkt verkaufen bedeutet, dass die Gärreste automatisch gegen eine kleine Gebühr verkauft werden. Verteilen ist ein Mix aus Behalten und Direktverkaufen. Ein Teil bleibt also im Lager, der andere wird verkauft. Neben dem Bau einer Anlage könnt ihr auch auf der Karte vorhandene Biogasanlagen ansteuern und dort Silage, Gülle, Mist oder Zuckerrübenschnitzel verkaufen. Sofern in der Anlage ausreichend Platz vorhanden ist, wird euch das Geld auch direkt gutgeschrieben. Natürlich könnt ihr die BGA auch direkt kaufen, wodurch ihr zusätzliche Einnahmen generiert. Das lohnt sich insbesondere im Multiplayer. Bei den Aufnahmen für das Tutorial wurden die Einnahmen aus dem automatischen Verkauf von Gärresten im Reiter Finanzen unter verkaufte Produkte geführt. Energie und Metall hingegen liefen unter dem Punkt Einnahmen Ernte. Auch der Verkauf von Gütern bei der BGA, die nicht euch gehört, läuft im Menü Finanzen unter dem Punkt Einnahmen Ernte. Sofern ihr die BGA selbst gebaut habt, fahrt ihr etwa mit Gülle zum passenden Entladepunkt und startet dort den Überladevorgang. In der Übersicht der Produktionsketten seht ihr den jeweiligen Lagerbestand. Im gezeigten Beispiel etwa Gülle. Damit die Gülle verarbeitet wird und auch ihr Geld verdient, müsst ihr die Produktion starten. Wählt dazu das entsprechende Produkt aus und aktiviert die Produktion. Bedenkt, dass ihr den Schritt für jedes Produkt einzeln durchführen müsst. Sofern ein Lager voll ist, etwa das für Gülle, könnt ihr von dem Produkt nichts mehr überladen. Das Überladen gelingt erst wieder, wenn die BGA das Produkt verarbeitet hat. Allerdings könnt ihr bei einem vollen Gülletank weiterhin Silage oder Mist einlagern. Grundsätzlich könnt ihr viele Produkte auch über ein Förderband in den Tank der BGA kippen. Wählt dazu am besten einen Anhänger, bei dem ihr über den Kornschieber Waren entladen könnt. Das spart eine Menge Arbeit und ihr braucht keinen Radlader, um die Güter in die BGA zu laden. Und das war es auch schon mit dem Storytel zur BGA im LS22. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Natürlich auch über einen Kommentar. Bei Fragen oder Anregungen nutzt ebenfalls gerne die Kommentarfunktion. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Metalizer. Und ach ja, hier gibt es jetzt noch ein paar Video-Empfehlungen für euch und vielleicht ist hier das eine oder andere noch für euch interessant.